Hallo und ganz herzlich willkommen zur vierten Folge. Vierte Folge? Kann es sein, dass du die ersten drei Folgen unserer Workout-Serie stark und gesund in neun Wochen mit der DHK Gesundheit verpasst hast? Ich bin Nicole Ostmeier und Personal Trainerin aus Hamburg. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt übrigens 150 Minuten moderates Training oder 75 Minuten intensives Training pro Woche. Das sind nur 15 bis 20 Minuten am Tag. Heute brauchst du übrigens ein Band für unser Training und einen Stuhl. Let's go! Das Band kannst du erst an die Seite legen, das brauchen wir gleich. Dann komm mal an den Anfang der Matte. Beug dich einmal vorne rüber, versuch die Beine lang zu lassen und jetzt marschierst du auf den Händen nach vorne und langsam wieder zurück, ohne zu wackeln. Die Übung heißt In-Schwurm, also krabbelst einmal über den Boden und wieder zurück, wie so eine Raupe. Wenn du die Beine nicht ganz durchstrecken kannst, dann fang hier ruhig mit gebeugten Beinen an und mach sie lang, sobald du kannst. Vor und zurück. Und damit machen wir unseren Körper schon mal ein bisschen warm. Und wieder nach vorne, insbesondere auch die Schultern. Und nochmal vor. Versuch nicht so zu wackeln, ganz stabil zu bleiben. Das machst du, indem du deinen Korb kräftig anspannst. Und ein letztes Mal den In-Schwurm. Jawohl. Ich weiß, der ist schon anstrengend und gern gehasst von meinen Kunden. Die Hände einmal unter die Füße hier hinten und jetzt drückst du dich einmal runter. Drückst dich einmal in die Hocke. Die Beine einmal auf. Jawohl. Ein bisschen seitlich drücken. Und dann die Hände wieder unter die Füße nehmen. Den Po weit nach oben schieben. Und tief. Und noch fünf. Und vier. Drei. Und dann steigen wir gleich ein in die erste intensive Übung. Und hoch. Jawohl. Und zwar in den sogenannten Burpee. Du kommst einen kleinen Schritt nach vorne. Ungefähr mittig. Setzt die Hände auf die Matte. Du springst nach hinten. Legst dich einmal ab. Und wieder hoch. Springst mit den Füßen nach vorne. Und kommst hoch. Ideal, weil also machst du dann noch einen Sprung. Und das Ganze sehr schnell. Du kannst auch einen halben Burpee machen. Nach hinten springen. Vorne springen. Und hoch. Und let's go. Wähle deine Variante. Und wir fangen an. Halber. Sprung. Oder ganzer. Ablegen. Und Sprung. Jawohl. Und nach hinten. Und hoch. Und davon machen wir noch sechs. Und hoch. Und fünf. Jawohl. Vier. Komm, bleib dabei. Ich weiß, die sind anstrengend. Drei. Jawohl. Bauch ist ganz fest beim runterkommen und beim wieder hochkommen. Zwei. Und der letzte. Und. Schön hoch. Jawohl. Und jetzt darfst du dir das Band nehmen. Mach eine etwas ruhigere Übung zwischendurch. Du stellst dich hüftbreit auf. Beugst dich nach vorne. Kommst einmal kurz zur Ruhe. Luft holen. Uh. Und los geht's. Ziehst das Band ran. Und wieder zurück. Achte darauf, dass du wirklich gerade nach vorne gebeugt bist. Dass du hier nicht rund bist. Schultern sind zurück. Bauch ist fest. Und kräftig ziehen. Und runter. Ellenbogen eng. Und runter. Super. Wenn du kein Band hast, dann kannst du als Alternative stehende Y hier machen. Und wir machen hier weiter. Oder Wasserflaschen in die Hand nehmen. Oder Gewichte, wenn du hast. Und kräftig ziehen. Acht. Und noch sieben. Und sechs. Jawohl. Kräftig. Fünf. Vier. Halt die Spannung im Chor. Drei. Kräftig ranziehen zum Bauchnabel. Zwei. Und der letzte. Jawohl. Band an die Seite. Und nochmal in die Burpees. Deine Variante. Halbe oder ganze. Das sind die Halben. Das ist der erste. Und nochmal zwei. Der ganze. Und los geht's. Nummer drei. Und nochmal vier. Acht Stück machen wir. Fünf. Und sechs. Und sieben. Und schön hoch springen. Und der letzte. Und weit nach oben. Jawohl. Jetzt bist du gleich wach. Und dein Kreislauf ist auch auf Hochtouren, oder? Nimm das Band wieder in die Hand. Stell dich drauf. Wichtig. Bauch fest. Gerade nach hinten. Und los geht's. Ranziehen. Und langsam runter. Kräftig ziehen. Langsam runter. Da tun wir richtig gut was für den Rücken. Für den Latissimus. Was ganz wichtig ist, diese Ziehbewegung zu integrieren im Training. Kräftig ziehen. Langsam zurück. Ran. Wenn du es im Rücken merkst, dann spann deinen Bauch kräftiger an. Dann kannst du es im Chor nicht halten. Dann mach auf jeden Fall nochmal ein Chortraining. Puh. Vier. Und drei. Und achte mal drauf, dass du den Schultern zurückbringst. Zwei. Und der letzte. Langsam runter. Jawohl. Und du kommst erstmal runter. Atmen. Jawohl. Band kann an die Seite. Und jetzt holen wir uns einen Stuhl dazu. Guck mal, wo bei dir in der Nähe eine steht. Oder eine Treppe. Wenn du zwei Treppenstufen hast in der Nähe. Ich nehme hier den Stuhl. Du musst irgendwas haben, auf das du steigen kannst. Es kann auch das Sofa sein. Total egal. Hauptsache kannst du hochsteigen. Damit trainieren wir unsere Oberstenkel. Und unsere Po-Muskulatur richtig gut. Stellt sich dicht vor den Stuhl. So einen Schritt weit entfernt ungefähr. Setzt den Fuß ganz drauf. Das ist ganz wichtig. Nicht nur halb hier vorne, sondern ganz auf den Stuhl. Du kommst gerade hoch. Und mit dem rechten Fuß auch wieder runter. Linker Fuß drauf. Hoch. Links wieder runter. Und rechts drauf. Und rechts wieder runter. Und du bleibst ganz gerade. Hände sind weg. Also nicht hier den hier. Sondern Bauch fest. Schultern runter. Gerade hoch. Gerade aufrichten oben. Hoch. Und wieder runter. Wenn du das nicht schaffst, dann übst du es. Und runter. Und nochmal rechts. Tief. Links. Tief. Tief. Rechts. Tief. Tief. Sehr schön. Und noch einer auf jeder Seite. Komm hoch. Und links. Und runter. Jawohl. Jetzt drehst du dich um. Setz dich hin. Trinkst einen Kaffee. Nein. Quatsch. Das machen wir natürlich nicht. Wir wollen ja hintereinander weg. Übung machen. Die Hände sind hier an der Kante des Stuhls. Die Knie können. Die Füße können hier angewinkelt sein. Die Knie. Und dann gehst du runter. Die Ellenbogen gehen nach hinten weg. Und wieder hoch. Wenn es zu leicht für dich ist, machst du ein Bein lang. Wenn auch das leicht für dich ist, machst du beide Beine lang. Ja. Aber fang gerne erst hier an. Und es geht los. Dahin. Tief. Eng am Stuhl entlang. Und die Ellenbogen schön eng. Jawohl. Machen wir hiervon noch neun. Und acht. Prima. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Jawohl. Aufstehen. Und direkt wieder auf den Stuhl marschieren. Wir fangen rechts an. Einmal Luft holen. Ganzer Fuß rauf. Gerade hoch. Und wieder runter. Und links. Ganzer Fuß rauf. Gerade hoch. Und runter. Wenn das einfach für dich ist, nimmst du hier Gewichte in die Hand. Ja. Dass du die gleiche Anzahl auch mitmachst. Wenn es schwierig für dich ist, mach es langsamer. In deinem Tempo. Dass es für dich eine Herausforderung ist. Und weiter. Tap. Und tief. Rauf. Bauch ist trotzdem fest. Schultern sind unten. Jawohl. Hoch. Und wir machen noch zwei auf jeder Seite. Komm. Hochdrücken. Tief. Links. Hochdrücken. Tief. Und der letzte rechts. Und der letzte links. Hoch. Jawohl. Direkt umdrehen. Handflächen wieder an die Stuhlkante. Gerade weg. Lange Beine ist schwieriger. Einfacher. Noch ein bisschen einfacher. Ja. Probier mal dein Level hier zu finden. Und tief runter. Und hoch. Ellenbogen. Schön weit nach hinten. Schön eng. Zwölf Stück machen wir. Jawohl. Und noch acht. Sieben. Sechs. Wenn du merkst, dass du nicht mehr kannst, hol das Bein ran. Hilf dir mit dem Bein so ein bisschen. Fünf. Vier. Drei. Und zwei. Jawohl. Und der letzte. Und hoch. Gut. Und dann kann der Stuhl fürs Erste an die Seite nicht allzu weit weg. Das Band kann ein bisschen weiter weg. Das brauchen wir heute nicht mehr. Aber den Stuhl brauchen wir gleich nochmal. Und jetzt kommst du nach unten auf den Boden. Einmal kurz Luft holen. Tief ein- und ausatmen. Kraft für die nächsten Übungen sammeln. Stell deine Hände schulterbreit auf. Und jetzt kommst du in den sogenannten Lateral Bear Crawl. Also erstmal in den Bären. Stell deine Füße auf. Und jetzt gehen die Knie nach oben in die Luft. In dieser Position bleibst du und machst einen kleinen Schritt zur Seite und zur anderen Seite. Und rüber und wieder zur anderen Seite. Jawohl. Und immer hier im Wechsel. Absolute Chorkraft ist gefragt. Schulterkraft. Die Beine arbeiten mit. Arbeite dich hier rüber. Immer seitlich. Gut. Weiter. Komm, bleib oben. Lass die Knie über den Boden. Komm nicht hier oben hin. Tief. Kontrollier dich selber. Jawohl. Und rüber. Rüber. Und noch zwei auf jeder Seite. Jawohl. Und rüber. Und rüber. Und absenken. Und eine kurze Pause. Super. Einmal ablegen. Nach vorne. Die Arme nach vorne nehmen. Füße ablegen. Einmal Luft holen. Bauch wird eingezogen. Beide Hände kommen nach oben. Der ganze Zeit ist hier der Bauch weg von der Matte. Und jetzt kommt der rechte Arm einmal nach hinten. Und wieder vor. Und links. Einmal nach hinten greifen. Und wieder vor. Und rechts. Nach vorne. Und links. Nach vorne. Denk an den Bauch. Nicht ablegen, sondern die Spannung halten. Zu oben halten. Und komm. Wir machen noch fünf. Jawohl. Vier. Halt die Spannung. Ich weiß, es ist anstrengend. Drei. Und nach hinten. Zwei. Jawohl. Das ist auch gleich eine gute Übung für die Schultermobilität. Und der letzte. Jawohl. Und wieder in den Vierfüßlerstand. Auf alle Viere. Bauch fest. Drück dich schön hoch. Füße aufstellen. Tief ein- und ausatmen. Einmal Luft holen. Ready. Okay. Zweite Mal durch. Der Bergroll. Und nach oben. Jetzt kannst du mal gucken. Ich versetze die Arme und die Beine jetzt mal gegenüber gesetzt zueinander. Also rechter Arm. Linkes Bein geht rüber. Dahin. Und dann geht der rechte Arm. Der linke Arm und das rechte Bein. Jetzt linker Arm nach innen. Rechtes Bein raus. Rechter Arm raus. Linkes Bein. Und rüber. Wenn das zu kompliziert ist, mach es in deinem Tempo. Einfach rechts, links, beide Seiten gleich. Ja. Wichtig ist nur, dass du dich hier die ganze Zeit in dem Bear Crawl, also in den Bären hältst. Und auf geht's. Rüber. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Und jawohl. Zur Seite. Und rüber. Jawohl. Bleib bei mir. Ich weiß, es ist anstrengend. Schön tief bleiben. Und noch zwei. Rüber. Und der letzte. Und zurück. Jawohl. Super. Und einmal wieder ablegen. Arme nach vorne. Füße ablegen. Bauch ist ganz fest. Arme vorne anlegen. Denk an die Maus, die unter deinem Bauchnabel ist. Die willst du nicht zerdrücken. Also wegziehen den Bauchnabel vom Boden. Und den Arm nach hinten ziehen. Und wieder nach vorne. Und linke Arm geht nach hinten. Und wieder vor. Und beide Arme bleiben hier vorne in der Luft. Ziehen. Und nach hinten. Und kräftig. Jawohl. Ziehen. Und ein paar machen wir noch hier. Bleib hier. Wir kräftigen hier mit den Rücken. Jawohl. Und noch drei. Und die letzten beiden. Halt den Bauch fest. Weg von der Matte. Denk an das kleine Mäuschen. Letzter. Ziehen. Ziehen. Jawohl. Und einmal Luft holen. Und wieder nach oben kommen. Und jetzt brauchst du den Stuhl noch einmal. Oder ein Sofa oder irgendwas, wo du deinen Fuß ablegen kannst hinten drauf. Und zwar legst du den hier ab. Und von der Entfernung her darfst du so weit entfernt sein, dass du hier angenehm hocken kannst. Das ist ein kleiner Trick, den man vorher machen kann, um den Abstand richtig zu bemessen. Also hier hockst du, kommst jetzt hoch, kommst jetzt hoch und jetzt Bauch ganz fest und jetzt machst du Bulgarian Split Squats. Das heißt, du machst den Squat, gehst tief runter und hast den Fuß aber hinten auf dem Stuhl. Und tief und tief und hoch. Sehr anstrengend. Ich weiß, drück dich hoch. Wenn du das nicht schaffst, dann machst du hier den Split Squat und gehst so einmal runter, ja. Und wenn du es schaffst und wenn du auch nur fünf Wiederholungen schaffst, mega. Tief und hoch. Wir machen zusammen acht. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Hoch. Jawohl. Und die andere Seite. Gleiche Entfernung. Fuß drauf. Gerade hinstellen. Schultern zurück. Bauch ist fest. Und komm. Tief runter und wieder hoch. Tief. Hoch. Achte darauf, dass du gerade runter gehen kannst, dass du das Knie nicht so weit nach vorne schiebst. Vielleicht musst du nochmal ein Stückchen nach vorne gehen, dass du tief nach hinten dich setzen kannst, dass du hier nicht das Knie nach vorne schiebst. Und noch fünf. Und vier. Ich weiß, es ist anstrengend. Drei. Die letzten zwei. Und der letzte. Tief. Und hoch. Jawohl. Schritt nach vorne. Direkt hinsetzen. Und wir machen. Wir verbinden diesen Split Squat, diesen Bulgarian Split Squat mit einer Bauchübung. Du hältst. Du hältst den V-Sitz. Schön halten. Jawohl. Wir halten. 30 Sekunden. Durch die Nase tief einatmen. Und aus. Jawohl. Und noch 20. Schaffen wir. Super gut. Prima. Und 10. Wenn du es nicht mehr halten kannst, komm hier hoch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Und nochmal hochkommen. Der letzte Bulgarian Split Squat. Erster Fuß. Wieder. Auf den Stuhl. Oder den Couchtisch vielleicht. Bauch ist fest. Schultern unten. Und tief runter. Und hoch. Und wie gesagt, mach deine Variation, sodass du eine saubere Ausführung machst. Das ist das Allerwichtigste dabei. Und nicht nachmachen, was andere machen, sondern immer seine eigene Alternative finden. Und gucken, was brauche ich gerade. Wie werde ich kräftiger. Und wenn du diesen hier noch nicht kannst, dann mach bitte den Split Squat mit dem Fuß auf den Boden. Wir machen noch zwei. Und den letzten. Jawohl. Anderer Fuß nach oben. Fuß drauf. Bauch fest. Und go. Acht. Und sieben. Und sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Jawohl. Und direkt runter in den sogenannten V-Sitz. Du setzt dich auf deine Hinterhöcker. Nimmst die Füße hoch. Streckst die Arme lang. Und den Bauch. Und die Beine weg. Und hältst. Wenn du das nicht halten kannst, kannst du zum Beispiel auch die Arme hier nach vorne nehmen. Und hier halten. Und mal gucken, dass du das hier hältst. Und immer ein Stückchen mehr. Je länger die Arme und je länger die Beine, desto schwieriger ist es. Halten. Noch zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Jawohl. Okay. Okay. Super. Wenn du in den ersten drei Folgen dabei warst, dann weißt du, wir haben in der zweiten Folge gestartet mit einer kleinen Plank-Challenge. Und du hast mal gemessen, wie lange du den Unterarmstütz halten kannst. Und wir haben angefangen mit 20 Sekunden, haben uns auf 30 gesteigert in der dritten Folge. Und heute machen wir 35 Sekunden, halten wir den Plank. Oder wenn du schon mit mehr angefangen hast, dann machst du heute fünf Sekunden mehr, als das, was du beim letzten Mal gehalten hast. Und so steigern wir uns über die Zeit und so kräftigen wir unsere Muskulatur. Los geht's. In den Unterarmstütz. Die letzten paar Sekunden hier zusammen. Auf geht's. Jetzt drück dich weit weg von der Matte. Po ist schön. Die Hüfte ist schön nach vorne geschoben. Die Waden sind angespannt. Die Oberschenkel sind angespannt. Bauch ist fest. Hüfte ist schön eingeklappt. Und jetzt drück dich nochmal ganz bewusst nach oben. Richtig weit nach oben. Die letzten fünf Sekunden laufen. Vier. Schaffen wir. Drei. Zwei. Eins. Jawohl. Super. Das war ganz schön intensiv. Du hast es geschafft. Wie geht es dir? Hast du dich mal beobachtet in den letzten Wochen und eine Veränderung festgestellt? Vielleicht hast du mehr Hunger? Diese Workouts sind nämlich auch ganz schön intensiv und da kriegt man auch schon mal Hunger. Kleiner Tipp. Ess dich an genügend Eiweißen satt. Dazu zählen Hüttenkäse, Quark, Eier, Huhn, Fisch, aber auch Joghurt. Die sättigen richtig schön lange und bauen deine Muskeln auf. Und dazu gehört natürlich eine ausreichende Menge an Gemüse. Immer schön bunt der Teller. Bis zum nächsten Mal. Deine Nicole. 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 Deine Nicole.